Hallo und willkommen zum siebten Teil meines Let's Plays von The Excavation of Hop Sparrow, einem Horror-Point-und-Click-Adventure von Cloak & Dagger Games, herausgegeben von WodgetEye Games. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleitung. Wir spielen das Spiel auf Englisch mit Untertiteln. Ich freue mich auf eure Fragen und Hinweise in den Kommentaren und wünsche gruselige Unterhaltung. Wir haben uns erst mal orientieren müssen und derjenige, der uns eingeladen hat, um hier das Grab auszubuddeln, der ist gar nicht da. Haben wir auch bis jetzt noch nicht getroffen. Und dann haben wir aber von alleine oder auf eigene Fausten dieses Grab gefunden. Das berühmte Hop Sparrow, das so berühmt ist, dass es viele Leute, die daneben wohnen, offensichtlich gar nicht kennen oder nicht darüber reden wollen. Wahrscheinlich eher nicht darüber reden wollen, weil da schlimme Dinge passiert sind, wie wir gelernt haben beim letzten Mal. Dass da Leute gestorben sind, bei denen versucht, das schon mal auszugraben. Und das war der große Twist beim letzten Mal. Das war, dass unser Vater, also der Vater von der jungen Dame hier, da schon versucht hat, dieses Grab auszuheben. Das offensichtlich sehr schwierige Konsequenzen gehabt hat. Er ist selber irgendwie invalid und nicht mehr ansprechbar und vegetiert in einem Krankenhaus vor sich hin. Und andere, die bei ihm oder mit ihm zusammen da unterwegs waren, sind verstorben. Also nur negative Konsequenzen. Und jetzt sind wir eben hier und versuchen, dieses Grab wieder einmal aufzumachen. Und das sollten wir vielleicht nicht, aber wir machen es trotzdem. Genau. So, jetzt weiß ich tatsächlich aber nicht mehr. Wir gehen wahrscheinlich einfach mal zu Herrn Bryden hin auf die Farm. Das können wir zum Glück ein bisschen abkürzen, sonst müssen wir hier immer durch die Bildschirme uns klicken. Aber wir waren schon mal da und deswegen wissen wir, hier ist die Farm. Hier haben wir letztens eine Puppe ausgebuddelt. Also es wird schon sehr viel, ich sag mal, klassische Horrorbildsymbolik verwendet. Indem hier Raben herumfliegen, indem fragwürdige Kinder Puppen klauen und vergraben. Indem wir immer irgendwelche Träume nachts haben. Wo sich bei uns dann Dinge auftun. Und hier diese Rückblenden. Die haben wir auch relativ regelmäßig. Das Spiel ist übrigens auf Englisch. Leider nur auf Englisch. Get away from the fire, Tomasina. What are you burning? Nothing. Just waste. Now go inside. Hmm. Ab... Abrax. Mummy, what is this? Waste. Burn it. Ja. Also die Mutter ist offensichtlich auch nicht so richtig damit fertig geworden, dass der ihr Mann passiert ist. Und es hat offensichtlich schwierige, schwierige familiäre Verwicklungen mit sich gebracht. So, da ist Mr. Bryden. Dann wollen wir mal versuchen, Mr. Bryden davon zu überzeugen, dass wir doch in dieses Grab reihen müssen. Good day, Mr. Bryden. Miss? I... I'll stop you there. I know what you're going to ask. No, I haven't changed my mind. There'll be no digging here, lass. Mr. Bryden, allow me to explain. There has been an astonishing development this morning. Yes? My father was with your brother during the excavation. Oh. Yes. Can you believe it? I had no idea he had been here. The answer is still no, lass. I saw what happened to poor Samuel. I won't risk the same happening to anyone else. But... That's enough now. You can face your eyes on that hobble to your heart's content, but there'll be no digging. Hmm. Offensichtlich nicht so einfach, in der Zugang zu halten. So, ich hoffe, man kann den, äh, man kann den Spielsound auch einigermaßen gut hören. Ich kann hier für mich das, äh, den Kopfhörer lauter machen, aber es sieht auch so aus, als ob er hier so im gelben Bereich ist. Ach nein, das bin ich. Das Gameplay ist ein bisschen leiser. Deswegen, falls das nicht gut zu hören sein sollte, äh, gerne mal anmerken. Aber es müsste auch hörbar sein. Genau. So. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Können wir ihm was geben? Haben wir irgendwas? Wir haben dieses Journal. Das haben wir jetzt erst rausgefunden, dass das zu unserem Vater gehört hat. Schau, Herr Bryden. Mein Vater Journal. Es ist confirm, er war mit deinem Bruder während der Excavation von Hobbs Barrow. Ist nicht gut drauf, habe ich das Gefühl. Ja, hier ist eine Ziege. Was haben wir denn noch? Wir haben, ach so, ja, diesen Stein, den haben wir auch noch. Von dem wissen wir auch nicht so richtig, was mit dem ist. Vielleicht kriegen wir das ja raus. Was ist das, Herr Bryden? Es war strappt in meinem Vater's Journal. Wait a minute. Let me see that. By God. Wait here a moment. I need to get something from inside. I waited for what felt like an age. I now realise that Mr Bryden must have been in a great debate with himself, wondering whether or not to share his own piece of the mystery with me. The goat stared at me, seemingly in pity, as I stood there in that rolling fog. Finally, Mr Bryden emerged. Now then, as far as I know, what I have here is the only thing that Samuel brought back from Barrow. Take a look. Incredible. A pair. That's been in my drawer ever since Samuel passed. I suppose it might be important, so I kept it safe. Fate is clearly playing a part in your arrival, lass. Please, Mr Bryden. Allow me to excavate Hobbs Barrow. A place that is no more than dirt and stone. You're not going to give up, are you, lass? I'm not. Samuel managed to say one thing about those men that helped him. I think it's time I tell you. Yes? He stuttered out that one of those fellows could barely walk after they got out of there. Tongue-tied too, the man were. My father. You what? My father. He had an accident around 25 years ago that left him bedbound and unable to talk. Aye. Could be him. My mother told me it happened in a horse-riding accident. Samuel boarded up that Barrow for a reason. Something unnatural occurred. I know it. Mr Bryden, we must rely on our rational faculties to explain any... Promise me you'll be careful. Any sign of trouble. Leave without hesitation and we'd bore that accursed place up again. Understood? Wait. You're giving me permission to excavate? Aye. Against me better judgment. I don't have the energy to stop you, lass. Thank you so much. I am grateful. Don't make me regret my decision. Take Samuel's stone. Are you sure? Aye. Give it back to me when you're finished, though. I promise. Thank you. I'll be sure to show you my discoveries, Mr Bryden. I'd rather you don't. Now then. I've got things to get on with. I don't suppose you can spare any labour to help me with the dig? Don't push your luck, lass. Market's on today. Plenty of able-bodied men about. Ta-ra now. And like that, I finally had permission to excavate Hob's Barrow. Not English. As exciting as that was, I was distracted by what Mr Bryden said of his brother's associate. There was no doubt in my mind that Father was the stricken man he spoke of. You told me he was crippled after coming off his horse. Why did you lie to me? Ah ja, das muss man vielleicht erläutern. Es gibt immer wieder mal so zwischendurch diese Szenen mit dem Monolog, dem Inneren, der mal kein wirklicher innerer Monolog ist, sondern ein Brief oder ein Gespräch, ich glaube ein Brief, an ihre Mutter, die, wie wir ja schon festgestellt haben, immer mal wieder auftaucht und nicht unbedingt positiv. To protect me, to stop me from following in his footsteps. You failed. And so did Charles Bryden. He should have said no. He should have never given me that stone. Gruminös. Kündigt sich an, dass etwas schwieriges, schlimmes, gruseliges passieren wird. Okay. Was ist jetzt auf unserer To-Do-Liste als nächstes? Wir haben... Wir haben ja jetzt die Möglichkeit. Find workmen for my excavation. Without Kenneth here to source local workmen to aid with my excavation, I shall have to do it myself. I should find out more about the stories connected to Hobbs Barrel. Yes, you will do that too. Okay, dann werden wir jetzt Leute anquatschen müssen, um die zu gewinnen. Achso, wir können noch erläutern, dass wir... Dass wir... Dass wir... Dass wir zwar Ausgabungsmaterialien geschickt bekommen haben von unserem Assistenten, der aber selber nicht erschienen ist. Und deswegen ist alles ein bisschen schwierig. Und was wohl auch nicht erschienen ist, ist Geld. Und dass wir nicht mal genug Möglichkeiten haben, unser Hotel und so weiter zu bezahlen. Bin jetzt schon gespannt, was wir damit mal machen. Aber gut. Hier ist eine junge Dame, die bereitet immer noch ihren Stand vor. Obwohl sie ihn dann auch machen dürfen. Guten Tag. Ja. Schau an das, Herr Crozier. Es ist mein Vater-Journal. Oh, ich? Warum zeigst du mir? Habt ihr es unter meine Tür letzte Nacht? Ha! Habt ihr daft? Warum würde ich dein Vater-Journal haben? Oh, never mind. Hatte die Bücher in der Nähe nichts für dich? Looks like ein loader rubbish zu mir. Ich habe herausgestellt, dass mein Vater besitzt Bewley 25 Jahre alt. William Bateman, vielleicht du ihn erinnerst? Ich hätte nur ein Mann. Was war er hier für? Das ist das, was ich zu finden. Was hast du von diesen Stöhnen gemacht? Das sieht aus mir aus. Ja. Du bist mit einer localen Folk-Lore? Oh, ich. Der alte Cobbler hat mir gesagt, hat mir die Wahrheit erzählt. Er hat sich ein paar aus dem Goblin zu einem Goblin als junger Mann. A Goblin, du sagen? Ich denke, das Cobbler war ein regularer an der Plow-N-Furrhe? Never drank a day in his life. Sober als Judge. Habt ihr zu den Devil's Toe? Ja, ich bin mit der Cairn. Some say they've seen the Goblin's Daughter there, playing her fiddle. Can't say I've seen her myself, mind. Hm. Eigentum. Schönen guten Tag. Grüße. Romischer Goblin. Do you know any other stories about this Goblin? I don't have the time to be standing here gossiping about old wives tales. Apologies. I'm having some trouble extricating a knife from a table in the Plow-N-Furrhe. Might I borrow a pair of pliers? A knife, you say? I can get that out for you. That's very kind of you, Mr. Crozier. Think nothing of it. Wait here. Ja, herzlichen Dank fürs Folgen. That were a struggle. Here you are. Thank you so much. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Hm. Okay. Jetzt haben wir also ein... ...neues Messer. Hm, hm, hm. Hm, hm. Na gut. Gucken, ob uns das noch irgendwie weiterbringt. Er wird uns wahrscheinlich hier nicht helfen. Er ist nicht da. Oder vielleicht ist was drauf. Wir klopfen mal. Mr. Long müssen wir nicht in. Ne. Hoffen wir nicht. Mr. Long ist nicht da. Dann können wir ja jetzt hier nochmal... ...in der Kneipe nachfragen. Joe, perhaps you've had enough sugar. Don't you start an all. Hello. Oh, hi, she's back again. Can't a man drink his tea in peace? There's no for you here, lass. Horrible man. How many more sugar cubes is he going to add to his tea? He'll have no teeth left by the end of the day. I've had some rather unbelievable news, Stanley. Oh? Remarkable. Quite the coincidence, is it not? Remarkable. Just remarkable. Do you recall my father from back then? I'm afraid not. Those were my droving days, you see. I didn't spend much time in Beulay. But an interesting turn of events, nonetheless. Hmm. What do you know of Mother Mildred? I'll tell you what I know about Mother Mildred. She wants locking up. How so? She owes me a small fortune on her tab from years ago. Do remind her next time you see her, won't you? I'd rather not get involved, if you don't mind. Be careful who you trust, Miss Bateman. Who is Miss Tompkins? A housemate, in the employ of Panswick Manor. She comes by to pick up his lordship's weekly paper. I'm surprised newspapers are available in Beulay. Aye, his lordship gets what he wants. Mm-hmm. Lord Panswick likes to keep up with affairs from outside of Beulay. Aye, he has many interests around the country. What sort of interests? His lordship's affairs are his own business. Goodbye. See you soon. Good. Also, ich nehme an, wir können ihn auch nicht fragen, ob er uns hilft. Und hier ist sonst niemand. Hm, wir haben noch den Jungen. Naja, so jung ist der auch nicht mehr. Wir haben noch den Mann von der Bahnstation. Können wir kurz mal hinlaufen. Okay. 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 Hey boy. Da ist es uns vorher noch nicht passiert, dass da ein Hund gelaufen kam. Wir haben hier ja schon so ein paar Waldarbeiter gesehen. Aber die sind ja jetzt weg. Das ist ein Fuchs, würde ich sagen. Da können wir auch nicht hinterher. Okay, mit ihr können wir auch nicht nochmal quatschen. Dann gehen wir nochmal zum Bahnhof. Ja, ist keiner da. Ja, da kommen wir ja nun irgendwie nicht, nicht so richtig irgendwo hin. Da habe ich den Eindruck. Da habe ich den Eindruck. Hier ist auch niemand. Da können wir auch wieder mit niemandem sprechen. Mir geht es gut. Und wie geht es selbst? Ich spiele ein Spiel. Dann geht es mir gut. Was machen wir denn hier? Okay. Also hier stand sonst auch immer noch ein älterer Herr und hat sich über alles beklagt. Der ist auch nicht da. Es ist auch wieder spannend. Wenn man dann mal jemanden sucht, der einem hilft, weil man ein Grabhaus buddeln will, dann ist keiner da. Hier stand auch sonst immer einer unter Drunke. Und das ist unser Zeug. Und da ist keine Person dabei. Und hier auch keine Person. Kommen wir denn jetzt noch hin? Wir können nochmal zu Mr. Shoulder gehen, der immer nicht da ist. Der auch weiterhin nicht da zu sein scheint. Mr. Shoulder, warum ist der nicht da? Ist heute Sonntag zufällig? Dann könnten wir natürlich in die Kirche gehen und davon ausgehen, dass da Leute sind. Denn die Leute gehen am Sonntag in die Kirche. Das weiß man ja. Ein Kaninchen. Das ist eine Bank, die ja Margaret Tillett gewidmet ist. Das haben wir in einem Gespräch vorher herausgefunden. Jetzt wissen wir das. Und haben einmal quasi ihr zu Ehren drauf gesetzt. Margarets Lookout. Dedicated zu Arthur's Mutter. Sehr schön. Haben wir das auch noch geschafft? So, hier oben geht's zum Fluss, glaube ich. Da waren wir auch schon. Ach nee, hier geht's da hin. Und zwar bei der anderen Kreuzung, wo es zum Fluss geht. Oh. Da ist uns jemand begegnet und vor uns weggelaufen. Aber schnell hin nachher. Entschuldigung, Herr. Ja? 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 Sieht ihr eine junge Mädchen mit blöden Haaren passen hier? Nein, Herr. Hey, du bist. Du bist Thomasina Bateman? Oh. Das ist mein Name. Wie großartig. Das ist mir, Leonard Scholder. Hörn, ich habe mich auf dich gefunden. Bitte, eine Sorte, Frau Bateman. Wir haben viel zu diskutieren. Du hast gewusst, dass du ziemlich ein Enigma bist, Herr Schulter. Ich bin mir schuld. Ich mache dir ein Tausende Entschuldigung. Du hast mich in meine Bebe diese letzten paar Tage mit einer Schrecklichen Fever. Wie schrecklich. Ich denke, dass du jetzt besser fühlst. Nein, ich war auf meinem Weg zu finden, als ich hier verletzten, um mich zu spüren. Ich habe nicht viel Gau in mir diese Zeit. Ich bin sorry zu hören. Ich war froh, dass du auf mich verletzt hast und verletzt hast. Ich habe keine Ahnung, was du von dir geworden ist, Herr Shoulder. Ich habe eine gute Menge Zeit, auf dein Front Door zu spüren. Ich bin so embarrassed, ich bin wirklich. Ich habe mein Bestes zu schlafen durch die Fever. Ich bin so sehr sorry. Hm. Okay, Herr Shoulder. Ich habe alles in diesem Weg gebracht. Lass uns über das Geschäft zu sprechen. Marvellous. Ich habe gerade gelernt, dass mein Vater ein Teil von der Excavation des Hobbes Barrow, 25 Jahre alt. Warum hast du das in deinem Buch gesagt? Was? Wo hast du das gehört? Ich habe meine means. Ich habe meine Art. Ich habe meine Art. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich glaube, dass du auch verletzten mir mein Vater verletzt? Ich habe sie verletzt. Ich habe mich verletzt. Was? Ich habe das in deinem Buch. Ich habe die Art. Ich habe meine Art. Ich habe meine Art. Ich habe das geschlecht. Was ein unglaublich. Du warst in deinem Buch. Du wirst du in deinem Buch. Es wäre so, Herr Shoulder. Ich habe die Augen. Ja. Eieieieieiei. Da haben wir nun so lange nach dem gesucht und jetzt ist er eigentlich der dritte Tag. Wir haben ja schon zweimal geschlafen, es ist der dritte Tag. Eigentlich sogar der, naja, nee, der dritte ist, glaube ich. Naja gut, und jetzt endlich gefunden. Warum hast du mich gezwungen, um Hobbs Barrow zu excavation? Ich habe immer sehr interessiert über die kaltvolle Folklore, die sich um den Ort befindet. Mein Vater hat mir all sorts of historien über das, als ich ein Wee-Fellow war. Historien, die irgendwelche Folgen hier hier nehmen ein bisschen zu sehr, besonders nachdem die Leute in den Barrow kamen ein paar Mal zurück. Herr Bryden hat mir gezwungen, um den Barrow zu excavationen, um Hobbs Barrow zu excavationen. Marvellous! Ich bin sorry, dass du alles ausprobiert hast, in meiner Absenzierung. Wenn wir starten? Tomorrow, ich hoffe. Aber erstens, ich muss ein paar Locale zu holen, um mit dem Digg. Es ist zu viel Arbeit für mich zu tun, um mich zu tun. Ich verstehe. Bewley hat seine große Rolle, um die junge Leute zu trappen. Du findest du mit dem Diggern, Frau Spateman. Wie hast du mich wissen? Ich habe deine Interview in den Baked World-Times. Eine junge Frau, um die Land zu über dem Land, digging up Barrow, perfekt für die Arbeit. Aber warum wünschest du die Barrow zu excavationen? Ich möchte sehen, was diese Leute dort gefunden haben. Meine Wunschung hat sich über die Jahre geflogen. Jetzt ist es Zeit, um das Mysterie zu lösen. Ich muss sagen, ich bin eher bereit, um herauszufinden, was in den Baked World-Times selbst herauszufinden. Ich weiß, mein Vater. Ich glaube nicht so. Was ist das Name? William. William Bateman. Er war in Bewley für ein paar Tage, von meinem Verständnis. Ich bin sorry, Lass. Der Name nicht ringt eine bell. Hm. Hm. Ich bin sicher, dass du keine Ahnung von meinem Vater in die Excavation in der vorherigen Excavation hast? Ich bin ziemlich sicher. Ein sehr faszinierter Coincidence, aber nichts mehr als das. Ich beginne zu fragen, ob es mehr als eine Coincidence ist, Herr Schilder. Frau Bateman. Ich habe dich nicht als ein Kredulose Individu. Hm. Die Züge spüren durch die Lebensmittel, auch. Die Menschen waren faszinierend, eine Panik hat sich in. Das klingt schrecklich. Ja. Aber ich habe mich geholfen. Diese Dinge passieren in der Natur, aber die Blame für das alles auf die Hobbes-Barre. Es war lange gesagt, dass ein Goblin seine Haus hat. Die Ruhmung kam, dass die Goblin nicht am besten mit den Kreden. In Revenge for some unperceived slight, the Goblin placed a curse on the soil itself. The villagers believe that ridding the barrel of its lodger would put an end to it all. Hogwash, my father would have paid no heed to such tales. Whether it were his intent to join the excavation when coming here, I do not know. But whatever it were that Samuel Brydon and most lads did inside that barrel, people say it did the trick. The crops started to grow back and health returned to the livestock. Yuli were no longer in the grip of dark forces. Hmm, you must understand. Folk here are a superstitious lot. They don't want you disturbing whatever it were those lads did. As far as the villagers are concerned, the problem were fixed. The thought of another excavation must be conjuring panic that you'll undo whatever it were they did. This does explain a lot. And it's also why I'd venture nobody around here wants you to touch the place. Except for you. I want to know what's there. Surely you don't believe these tales of goblins and curses to be true? Not at all. However, I suspect those lads did find something in the barrel. But did it have any connection to failing crops and dying livestock? No. I can assure you there's nothing to fear. Coincidence reigns supreme. So what do you think they found? That is for us to discover, Miss Bateman. Who was the third man who joined my father and Mr. Brydon on the excavation? I'm afraid I don't know. Although I'd heard about the excavation and I were intrigued by it. I mostly stayed at home during that time. The atmosphere in the village was rather too tense for me liking. And besides, the excavation were undertaken with an air of mystery about it. Hmm. Okay. Also es ist offensichtlich alles ein bisschen verworren und... Hmm. Tell me more of this folklore you mention. It is said that Hobbes Barrow is home to a goblin. Everyone in Beaulieu has some version or another of this story. But the version my father told me as a child described the Barrow as a thin place. The goblin were deemed to be the guardian of this so-called thin place. Hmm. Tell me more about this goblin. Some said he were a mischievous little mite, snatching newborn lambs and smashing windows with pebbles. Others said he were friendly, there to lend a helping hand in times of strife. The latter of which makes it all the more surprising as to why the previous excavation took place. My father's stories put the goblin in the mischievous category. Saksnod, he called the creature. I recall one such anecdote. That Saksnod entered Beaulieu and ordered a pair of boots to be made by the Cobbler. However, when collecting them, he insisted on paying for them with a bag of so's teeth. The Cobbler was so scared of angering the goblin that he accepted. A colorful tale indeed, Mr. Shoulder. Has any explanation been offered for why this Saksnod cursed the soil? Your guess is as good as mine, lass. Hmm. What is a thin place? A place where one can walk between worlds. Where the flesh meets the spirit world. Hmm. Just superstition of course, as you will know. I had a peculiar dream last night. I met a creature at Hobbs Barrow. I suppose you might say it was a goblin. It told me it had saved my father from trouble inside Hobbs Barrow. I'll admit the coincidence of this is somewhat astounding. A remarkable coincidence, but nothing more than that. But there is still one thing that puzzles me. The goblin told me proof of its claims would await me in the morning. Surely enough, I awoke to find that my father's journal had appeared in my room. Very queer indeed. Mr. Shoulder, you invited me here, to a town I'd never heard of, only for me to discover that my own father was here 25 years before. And not only that, but that he was also embroiled in some sort of superstitious hysteria, which goes against everything he ever taught me. Something is wrong here. This must be more than mere coincidence. It's strange, I'll give you that. But please remember who you are, Miss Bateman. Hmm. Hmm. This is my father's journal. Incredible. Can I look inside? You may. Look at these drawings. Wonder what it all means. You and I both. It all feels very out of character for my father. I'm sure you'll find the answers beneath the soil, Miss Bateman. Hmm. Oder auch nicht. What do you make of these strange stones, Mr. Shoulder? They seem to originate from the previous excavation. One belong to my father, the other to Samuel Bryden. Marvelous things. They look ancient. I agree. I've never seen anything like them in all my digs. Is this your glove? I've been looking all over for that. Where did you find it? In the alley behind the plough and furrow on the night of my arrival. Were you there? As I say, I've been bed bound for several days, Miss Bateman. How odd. Can I please have it back? Here. Thank you. Hmm. What new? We're peas of the same pod, Miss Bateman. I knew you wouldn't be frightened by a few old stories. It will be interesting to see what those lads found in there. Certainly. Thank you so very much for responding to my letter and for coming here. We have some great discoveries to make, you and I. I sincerely hope so. And a chance to follow in your father's footsteps. Right. Time for me to shift these old bones. I'm to take me a spot of the plough and furrow. I'll be there all night should you need me assistance. Thank you, Mr. Shoulder. I'm sorry again for giving you the run around. I promise I am not beyond redemption. I won't let you down again. See you soon. Hmm. I was starting to wonder if Mr. Shoulder even existed. In der Tat. Das ist wirklich ja auch eine der größten Fragen über die letzten Folgen gewesen. Wo der hin ist. Aber dass er uns natürlich gar nicht gehört haben will, obwohl wir unten vor seiner Tür standen. The day was starting to test me. The word coincidence felt insufficient to explain what was happening. It was after that first conversation with Leonard Shoulder that I started entertaining thoughts of a truly irrational nature. What if my dream wasn't just a dream? What if it was all more than simple coincidence? What if that thing really could help my father? Ja, ja, ja. Möglich ist ja vieles manchmal. Nö, also hier in der Kirche ist auch niemand. Das ist natürlich. Die Tür ist wahrscheinlich zu. It's locked. Warum auch nicht. Ja. Ist immer noch geschäftigt. Good day. I'm still setting up my stall. Come back later. Oh, I'm sorry. in und hiding. the road disappears. I think nothing but mo最近. Ja, da springt uns nicht. Hm, na gut, aber das ist ja ein nicht so schlechtes Timing, könnte man sagen, dass uns hier der Timer sagt, dass eine Folge vorbei ist. Und wir haben gerade Herrn Scholar getroffen, das ist ja schon mal nicht schlecht, das ist besser als die letzten. Tage, die wir hier unterwegs waren, dann, ja, machen wir hier eine kleine Pause und dann schauen wir mal, wo wir jetzt noch junge Menschen, Männer offensichtlich im Spezifischen, finden, die uns helfen bei der Ausgrabung. Das müssen wir ja jetzt irgendwie anleiern. Genau, deswegen geht es dann natürlich hier weiter mit The Excavation of Hobbs Barrow zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt es auch als Playlisten auf YouTube oder Peertube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Bis denn dann! Die Links gibt es unten in der Beschreibung.